Also heute mal ein kleines Gedankenexperiment bezüglich der Entscheidungen, die wir im alltäglichen Leben so treffen und bezüglich der Irrationalität, die Ihnen zugrunde liegt. Halten wir es möglichst simpel. Sagen wir, ich biete euch 5000 Euro an, um mein Paket von Köln nach München zu transportieren. Nachdem ihr sichergestellt hättet, dass es sich bei besagter Ware weder um ein Kilo Heroin noch um Leichenteile handelt, würden die meisten von euch diesem Angebot wohl zustimmen, denn das Preis-Leistungs-Verhältnis spricht ja durchaus für sich. Würde ich euch für die gleiche Arbeit allerdings nur 10 Euro bieten, würdet ihr mein Angebot aller Wahrscheinlichkeit nach ausschlagen. Der Stundenlohn wäre einfach zu gering. Nun haben wir also zwei Pole definiert, 5000 Euro und 10 Euro. Bei dem einen würdet ihr zustimmen, bei dem anderen ablehnen. Gut, gut. Sagen wir als nächstes, ich würde mein Angebot von 5000 Euro um 1 Cent verringern, auf 4999,99 Euro. Es würde jetzt natürlich keinen Sinn machen, dieses Angebot auszuschlagen, wenn ihr die 5000 Euro doch vorher akzeptiert habt. Der Unterschied ist einfach zu gering, als dass ihr ein Umdenken rechtfertigen würde. Und wie ihr euch vielleicht bereits denken könnt, werde ich dieses Spiel jetzt weiter treiben und mein Angebot jedes Mal um 1 Cent reduzieren. Und jedes Mal aufs Neue wird es euch irrational vorkommen, mein Angebot auszuschlagen, wenn ihr doch das vorherige, nur um 1 Cent höher liegende, akzeptiert habt. Wer würde allen Ernstes für 3456,77 Euro nach München fahren, aber es für 3456,76 Euro nicht mehr tun? Wohl kein Mensch, dem der Wert des Geldes ein Begriff ist. Das Problem an der ganzen Angelegenheit wird an dieser Stelle natürlich nur allzu offensichtlich. Wenn ihr meine um jeweils 1 Cent gesenkten Angebote niemals guten Gewissens ablehnen könntet, so erreichten wir irgendwann die 10-Euro-Marke, von der ihr euch am Anfang noch sicher wart, dass dies in jedem Fall ein Betrag ist, der die Fahrt nach München nicht rechtfertigen würde. Und doch sind wir genau dort angekommen, ohne dass ihr auf dem Weg dorthin einen Punkt hättet identifizieren können, der eine definitive Ablehnung gerechtfertigt hätte. Na so ein Ärgernis. Nur was ist geschehen? Haben sich die Mächte der Vernunft am Ende doch gegen uns gewandt, um uns in ein neues dunkles Zeitalter der Anarchie und des Chaos zu stürzen, in dem oben zu unten wird und Licht zu Schatten? Vielleicht. Möglicherweise haben wir das Problem aber nur noch nicht zur Gänze durchschaut. Seht ihr, ich gehe davon aus, dass meine hübsche Herleitung zwar einiges Interesse bei intellektuelleren Menschen hervorrufen könnte. Dass Karl Heinz vom Kiosk um die Ecke mich hingegen nur kopfschüttelnd ansehen würde, verbunden mit der Aufforderung, die Faxen sein zu lassen und ihm die 5000 Euro auszuhändigen oder andernfalls mich schleunigst rar zu machen. Und wie nicht allzu selten können wir einiges von Karl Heinz lernen. Was ist geschehen im Verstand unseres imaginierten proletarischen Freundes, als er unsere Begründungen verworfen und auf die ursprünglichen 5000 Euro bestanden hat? Naja, offensichtlich hat er das Spiel mit der langsamen Reduktion nach zwei oder drei Wiederholungen durchschaut, erkannt, wohin es führen würde und konsequenterweise aufgehört, auf unsere Darstellungen einzugehen. Würde man ihn fragen, an welcher Stelle genau unser Gedankenexperiment eine Schwäche aufweist, so würde sein bewusster Verstand wahrscheinlich keine Antwort geben können. Sein Unterbewusstsein bzw. seine Intuition haben ihn jedoch zuverlässig vor unserem Versuch, ihn hinters Licht zu führen, bewahrt. Ökonomisch oder evolutionär betrachtet liegt der Grund hierfür vermutlich darin, dass es für Karl Heinzes Überleben nur wichtig war, sich nicht über den Tisch ziehen zu lassen, nicht aber zu erkennen, worin genau die Betrugsversuche denn eigentlich bestanden haben. Unsere Aufgabe ist es nun, die Lücke zwischen Intuition und tatsächlichem Verständnis zu schließen. Und dafür müssen wir die Metaebene erklimmen und das Problem von oben betrachten. Das Problem sozusagen selbst Teil des Problems werden lassen. Denn darin liegt am Ende auch die Lösung. Die Begründung, weshalb wir zum Beispiel 3.800 Euro akzeptieren, 3.799,99 Euro aber nicht mehr, kann nicht allein durch die Differenz des Betrages gerechtfertigt werden, sondern auch dadurch, dass eine konkrete und endgültige Entscheidung in einem gewissen Rahmen einen Selbstzweck besitzt, sich also wenigstens zum Teil aus sich selbst heraus rechtfertigt. In unserer konkreten Situation könnte ich zum Beispiel antworten, dass ich zwar bereit wäre, von den 5.000 Euro einen gewissen Abschlag hinzunehmen, das aber bei 3.800 Euro Schluss ist. Nicht, weil ich die Arbeit nicht auch für noch weniger erledigen würde, sondern weil ich das Spiel meines Gegenübers durchschaut habe und nicht bei 10 Euro landen will. Oder weil ich sehen will, ob er tatsächlich bereit ist, mir die 3.800 Euro auszuhändigen. Oder weil seine Begründungen mir mehr Zeit und Nerven rauben, als es die ganze Sache am Ende wert ist. Wenn ihr von einem wilden Raubtier verfolgt werdet und sich für euch eine Reihe identischer Türen auftut, dann habt ihr keine Grundlage, auf der ihr entscheiden könntet, welche Tür nun die beste Wahl wäre, könnte sich hinter einer von ihnen doch immerhin eine noch größere Gefahr für Leib und Leben verbergen. Dennoch werdet ihr euch ohne groß nachzudenken für irgendeine entscheiden, eben weil die Konsequenz, zu überhaupt keiner Entscheidung zu gelangen, auf jeden Fall gravierend wäre. Es liegt in dieser Situation also definitiv ein Eigenwert darin, eine endgültige Wahl zu treffen. Erst wenn die Problemstellung selbst also Teil des Problems wird, hat man eine Chance, alle Variablen zu erfassen. Nun bleibt am Ende natürlich noch die Frage, weshalb ich das alles erzähle. Mag die ganze Theorie zwar recht interessant sein, so benötigt sie doch eine konkrete Beziehung zu den Geschäften des Alltags, um im Gedächtnis zu bleiben. Nun ja, bei den meisten politischen oder gesellschaftlichen Fragen ist es doch so, dass man ab einem bestimmten Punkt, ab einer bestimmten Tiefenschärfe des Problems, keine von außen sauber begründbaren Entscheidungen mehr treffen kann. Man kann sich für ein Arbeitslosengeld entscheiden, aber ob es jetzt 40 oder 45 Prozent des vorherigen Einkommens betragen soll, ist nur schwer herzuleiten. Vermeidet man aber aufgrund dieser Schwierigkeit die Entscheidung oder verzögert sie, dann ist der Prozentsatz effektiv bei Null und das ist ein wesentlich drastischerer Unterschied im Vergleich zur Differenz zwischen den zwei vorherigen Positionen. Der Mensch neigt häufig dazu, Verantwortung bei schwierigen Entscheidungen zu vermeiden, indem er eine konkrete Wahl verschleppt oder durch Symbolpolitik Handeln nur simuliert. Und ich denke, man sollte das den betreffenden Personen nicht so einfach durchgehen lassen, sondern sie auch gegen die Taten, die sie, obwohl sie dazu in der Lage gewesen wären, nicht begangen haben, messen. Auf der anderen Seite muss man leider auch zumindest in Teilen falsche Entscheidungen akzeptieren, denn selbst Systeme, die nur mittelmäßige Ergebnisse produzieren, sind oft besser als jene, die gar keine liefern. Und sie zu ändern, braucht im Allgemeinen eine Menge Zeit und Aufwand. Es existiert also nicht nur ein zu wenig an Argumentation und Begründung, sondern mitunter auch ein zu viel, vor allem dann, wenn man eben noch über keine Informationen verfügt, wie sich eine Entscheidung in der realen Welt tatsächlich auswirken wird. Zuletzt möchte ich noch einen Allgemeinhinweis geben. Wann immer eine Dissonanz zwischen unserer Intuition und einer logischen oder akademischen Begründung auftritt, dann sollte es die Aufgabe eines einsichtigen Menschen sein, genau diesen Graben zu erkunden und zu erklären, anstatt auf einer der beiden Seiten zu beharren. Und ich möchte keineswegs behaupten, dass ich selbst dazu immer in der Lage bin. Nichtsdestotrotz halte ich es für offensichtlich, dass wer den Kern der Meinungsverschiedenheit zweier Parteien besser versteht, als die Kontrahenten selbst es vermögen, beiden am Ende überlegen sein wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.